Burgspiritsch, Baronetage und Emptneitage, kurz Burgspiritsch genannt, ist das maßgebliche Adelslexikon in Bezug auf den britischen und irischen Adelgeschichte. Das genealogische Nachschlagewerk wurde 1826 von John Burke begründet und zunächst von seinen Söhnen fortgeführt. In den Jahren 1840 bis 1917 sowie zwischen 1923 und 1940 wurden jährlich überarbeitete Neuauflagen herausgebracht. Später erschienen sie nur noch sporadisch. Nach der 105. Ausgabe im Jahre 1970 entstand durch den Konkurs des Verlages Burgspiritsch-LTD eine fast 30-jährige Unterbrechung. Bis im Jahre 1999 die 106. aktualisierte Auflage vom Verlag Morris Genealogical Books in Druck gegeben wurde. Die derzeit aktuelle 107. Auflage wurde ab 2004 vom Herausgeber Charles Mosley unter dem Verlagsnamen Burgspiritsch und Empt Gentry herausgebracht. Sie wurde vor allem in den Bereichen der Ritterschaft, der führenden frühmittelalterlichen irischen und schottischen Familien sowie der schottischen Feudalbarone erweitert und umfasst nunmehr auch die Details von 120.000 lebenden Personen. Inhalt Im Burgspiritsch finden sich vor allem Einträge über historische und bestehende Adelsgeschlechter, Politiker, Künstler, Industrielle, Lehrer und Militärpersonen. Burgs Originaltitel Bezeichnet bereits die herausragenden Eigenschaften des Werks, die es unter den anderen damals kursierenden Adels Verzeichnissen hervorhoben. Burgs alphabetische Anordnung war gegenüber den Gepflogenheiten seiner Zeit, die Adelshäuser nach ihrem Rang oder nach ihrem Alter anzuordnen, fast als revolutionär zu bezeichnen. Andere Adelslexika führten Abteilungen für den Adel, der in England, Schottland, Irland oder in der Zeit nach der Gründung Großbritanniens bzw. des Vereinigten Königreichs kreiert worden war. Aufbau und die Geschichte der britischen Monarchie voraus. Diesen gegenüber war Burgspiritsch auch für den interessierten Laien als Nachschlagewerk geeignet. Zu Burgspiritsch gesellte sich 1833 gegründet von John Burke, Sohn Sir Bernard Burke, Burgslände Gentry. Ein genealogisches Verzeichnis der britischen Grundbesitzer und Lande der Leute. Nach Jahren der getrennten Publikation in verschiedenen Verlagshäusern wurden ab dem Jahr 1999 die Rechte an den beiden Verzeichnissen wieder in einem Haus vereinigt und werden seit 2001 vom Verlag Burgspiritsch & Gentry betreut. Im angelsächsischen Bereich ist Burgspiritsch so bedeutsam wie in Kontinentaleuropa der Gotha Adelseimer nach. Burgspiritsch & M. Baronetage ist nicht zu verwechseln mit dem Burgspiritsch World Book of Surnames, das einer anderen Firma gehört und ein umstrittenes Werk herausgegeben hat, in dem behauptet wird, die Verwandtschaftsverhältnisse jedes gebräuchlichen Nachnamens in den USA, Großbritannien, Irland und Schottland zu offenbaren und das über Telemarketing weite Verbreitung in den USA fand. Seit 9 Elftel wird das Burgspiritsch World Book of Surnames immer wieder von Verschwörungstheoretikern herangezogen, die aus ihm Verwandtschaftsverhältnisse zum Beispiel der Bush-Familie mit bestimmten europäischen Königshäusern nachzuweisen versuchen. Das Original Burgspiritsch Team hat sich von diesen Behauptungen mehrmals deutlich distanziert.